Zum 50. Mal am Tatort Harald Krasnitzer als Moritz Eisner Was ist mit der Tatwaffe? Was für eine Tatwaffe! Ihr könnt es doch nicht einfach so hinnehmen, dass ständig Menschen mit uns herum sterben. Adele Neuhauser Wir zwei stängern das gemeinsam durch. Ermittlungen am Limit Tatort Premiere Sonntag 20.15 Uhr ORF 2 3 6 9 10 10